Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex und ich möchte euch heute das Kragentuch mit dem Triangelmuster zeigen und das ist eine Gemeinschaftsproduktion mit Wohlpedia. Vielen Dank, liebe Julia, für deine tatkräftige Unterstützung. Ohne dich hätte das einfach nicht geklappt. Und dieses Tuch ist auch aus Wohlpedia Colors Modalwolle. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ist die Farbe Neuanfang, 500 Meter in Vierfach, in diesem Falle mit Anis. Bei dem, was ich euch zeige, hatte ich statt Anis die Farbe Rubin. Und aus einem so einem Bobbel bekommt ihr zwei Kragentücher. Das Tuch ist gedacht als, entweder als Tuch, dass man es über den Kopf zieht. Dazu wird es am Ende noch einige Beispielfotos geben. Oder man kann das Ganze auch wie eine Mütze aufsetzen. So. Das ist ein bisschen was Frischeres für den Sommer oder für die Übergangszeit. Das Tuch funktioniert im Prinzip mit jedem Muster, was von der Spitze aus startet. Ich werde euch aber in diesem Falle das Muster mit den Triangeln zeigen, weil ich das speziell für dieses Tuch mir ausgedacht habe. Und schaut mal hier. Hier oben habe ich es ein bisschen anders gemacht. Und es ist wirklich ganz einfach. Das ist für Anfänger geeignet, genauso natürlich wie für Fortgeschrittene. Ihr könntet theoretisch das Tuch auch nur mit halben Stäbchen machen. Dann sieht das so aus. Es ist ein bisschen kompakter. Es wird hierfür auch natürlich eine schriftliche Anleitung geben. Die ist verlinkt unten in der Infobox. Und das Tuch starten wir, wie gesagt, an der Spitze. Und es ist eigentlich nur immer ein Wechsel zwischen drei Reihen halben Stäbchen, eine Musterreihe, drei Reihen halbe Stäbchen, eine Musterreihe. Und ich sage schon mal vorab, die Musterreihe ist eben so, dass man ein ganzes Stäbchen macht in eine Masche, dann zwei Luftmaschen und wieder ein ganzes Stäbchen in eine Masche. Dann werden drei Maschen übersprungen, nach dem Stäbchen wird eine Luftmasche gemacht und dann das Ganze von vorn. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche hier oben machen, hier unten drei überspringen. So, dass ihr in der ersten Reihe vier Triangeln habt, in der zweiten Musterreihe habt ihr sechs, in der dritten Musterreihe habt ihr acht und so weiter. Es kommen also immer zwei Triangeln dazu. Die meisten Zunahmen oder die Hauptzunahmen werden in der Reihe mit den halben Stäbchen passieren. Bei dem ganz normalen Tuch ist es so, dass ich die Breite so weit gewählt habe, wie mein Kopfumfang ist und dann geschlossen habe. Das zeige ich euch später. Da gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man es nicht schließt und einfach nur hier in die Höhe arbeitet und später das Ganze mit Laschen und Knöpfen verbindet. Das ist von Vorteil, wenn man entweder so ein Tuch für Kinder macht oder wenn man das nicht so gerne hat, sich Dinge über den Kopf zu ziehen. Ansonsten, wenn ihr natürlich das Modalgarn nehmt, ist das so weich, da ist das auch wirklich schön, wenn man das so am Kopf hat. Ich werde auch noch zum Schluss ein paar Fotos anfügen, wie man das Ganze tragen kann und werde ein Beispiel zeigen, das Ganze in sehr groß zu machen. Das habe ich hier schon angefangen. Und zwar, wenn ihr nicht die Breite von eurem Kopfumfang nehmt, sondern von eurem Schulterumfang und dann das Ganze schließt und dann noch einen Steg in die Höhe arbeitet, dass man das Ganze wie so eine Art Poncho über die Schultern zieht und dann könnte man vielleicht noch einen Kragen oben dran machen für kältere Tage oder man trägt es eben wie ein geschlossenes Schultertuch. Zum Anfang machen wir eine Luftmasche, ein Slipknot und schlagen fünf Luftmaschen an. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen gröber, damit ihr das gut sehen könnt. Eins, zwei, drei, vier. In diese vier Maschen werden wir arbeiten und machen noch eine Luftmasche als Wendeluftmasche. Jetzt gehen wir zurück mit halben Stäbchen. Ich mache das immer gern hier hinten in die Perle rein, weil dann das Ende schöner aussieht. Ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche das nächste halbe Stäbchen. In die nächste Masche auch ein halbes Stäbchen. Und jetzt kommt die letzte Luftmasche, also die erste, die ihr angeschlagen habt. Und da fangen wir schon mit den Zunahmen an. Also immer an den äußeren, an den letzten und an den ersten Maschen nehmen wir zu. Das heißt, da machen wir drei halbe Stäbchen rein. Eins, zwei und drei. Das war schon Reihe eins. Jetzt machen wir eine Wendeluftmasche. Mehr muss es bei den halben Stäbchen rein nicht sein. Drehen das Ganze um. Und machen gleich in die erste Masche wieder drei halbe Stäbchen. Also immer an den Rändern drei halbe Stäbchen. Damit das Tuch auch in die Breite wächst. Zwei. Und drei. In jedes weitere halbe Stäbchen kommt immer nur ein halbes Stäbchen. In der Mitte also keine Zunahmen. Eins. 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 So, jetzt sind wir wieder am Rand angelangt. Ups. Hier kommen wieder drei halbe Stäbchen rein. Eins. Ups. Zwei. Und das dritte. Reihe ist zu Ende. Eine Wendeluftmasche. Arbeit drehen. Jetzt kommen wir in die dritte Reihe. Dann machen wir hier am Rand, hier in die erste Masche, gleich wieder drei halbe Stäbchen. Eins. Zwei. Uch, jetzt habe ich so verloren. Oh nein. Nochmal von vorn. Zwei. Und drei. Jetzt in jedes weitere halbe Stäbchen von der Vorrunde immer nur ein halbes Stäbchen. Und das ist mit diesem Garn, ist das schon beim Anfassen so super, super weich. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie schön das dann am Hals wird. Und das kratzt auf gar keinen Fall. Das ist butter, butter weich. Und das kann auch in die Waschmaschine. Natürlich ohne Weichspüler. Und das ist so angenehm. Vor allen Dingen für Kinder. Aber ich muss sagen, ich mag auch nichts, was kratzt. So, jetzt sind wir in der letzten Masche. Da kommen wieder drei halbe Stäbchen rein. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir machen immer drei Reihen, halbe Stäbchen und eine Musterreihe. Jetzt machen wir als allererstes zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Die stehen für das erste Stäbchen. Und dann mache ich zwei Maschen, damit wir die entsprechende Breite bekommen. Also haben wir hier insgesamt vier Luftmaschen. Wir drehen die Arbeit. Und jetzt kommt gleich hier unten in die erste Masche, kommt das erste Stäbchen. Nur durch zwei Maschen nochmal Faden holen und durch zwei. So, dass das hier die erste Triangel ist, also das erste Dreieck. Jetzt machen wir als Abstandshalter eine Luftmasche. Überspringen hier unten drei Maschen. Eins, zwei, drei. Und in das vierte kommt das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und wieder in die gleiche Masche ein Stäbchen. So haben wir das zweite Dreieck, also die zweite Triangel. Und wieder eine Luftmasche. Hier unten zählen eins, zwei, drei. Überspringen. In die vierte Masche kommt wieder eine Triangel. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Und wieder eine Luftmasche als Abstand. Und jetzt kommt in die letzte Masche eine Triangel. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Diesmal brauchen wir ja keinen Abstandshalter, also kommt da keine Luftmasche hin. So, ihr seht schon, es wird breiter. Und wir haben eins, zwei, drei, vier Triangel. Jetzt kommen wieder drei Reihen halbe Stäbchen. Das heißt, ich brauche nur eine Wendeluftmasche. Drehe die Arbeit. Und in der ersten Reihe gibt es eine kleine Besonderheit. Einfach nur, wo kommen denn jetzt die halben Stäbchen hin? Wir machen sie nicht in die Stäbchen rein, sondern immer nur um die Luftmaschen drumherum. Und das bedeutet, in die Triangel kommen immer drei halbe Stäbchen. Um diese eine Luftmasche, die ihr als Abstandshalter gemacht habt, kommt ein halbes Stäbchen, hier wieder drei halbe Stäbchen, eins, drei, eins und hier wieder drei. Also. Eins. Zwei. Jetzt das Stäbchen überspringen. Hier um den Abstandshalter ein halbes Stäbchen. Und in die nächste Triangel wieder drei halbe Stäbchen. Abstandshalter ein halbes Stäbchen. Und in die letzte Triangel, wo ihr hier am Anfang die zwei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen gemacht habt. Hier kommen auch wieder drei rein. Eins. Zwei. Drei. Und gleich wieder hier in die allererste Masche, wie vorhin auch, drei halbe Stäbchen als Zunahmen. Eins. Zwei. Und drei. In jede weitere Masche immer nur ein halbes Stäbchen. Und am Ende in die letzte Masche wieder drei. Ihr seht, es ergibt dann ein sehr gleichmäßiges Muster. Wenn man das hier dann später noch ein bisschen spannt, dann sieht man die Triangel auch sehr schön. Hier ist wieder ein Dreiersatz mit halben Stäbchen, Mustermasche, drei Reihen mit halben Stäbchen und so weiter. Wenn ihr dann euren Kopfumfang erreicht habt, oder wenn ihr, wie das hier werden soll, das Schultertuch machen wollt, die entsprechende Breite erreicht habt, dann verbinden wir hier die beiden Spitzen mit einer Kettmasche und häkeln in Spiralrunden weiter, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Dabei solltet ihr berücksichtigen, möchtet ihr, dass man hinterher bei dem Kragentuch den Kragen umschlagen kann, um es für kältere Tage dicker zu machen, oder möchtet ihr einfach nur, dass der Kragen steht. Das ist natürlich euch überlassen. Ich werde euch noch beide Varianten zeigen, entweder geschlossen oder offen, weil, wie vorhin schon gesagt, bei Kindern oder auch bei manchen Erwachsenen, da ist es so, die mögen das nicht so gerne, wenn man das über den Kopf zieht, dann würden wir diese Spitzen nicht miteinander verbinden, sondern würden einfach nur hier weiter in die Höhe arbeiten und dann hinterher Laschen dran machen, auf der anderen Seite Knöpfe, dass man das miteinander verbinden kann. Da kann man sich dann auch überlegen, nehme ich zwei Knopf rein, eine ein bisschen weiter an der Spitze und eine ein bisschen weiter weg, dass ich es dann, wenn ich es um den Hals machen möchte bei Kindern, dass ich es dann ein bisschen enger gestalten kann, weil Kinder ja häufig einen deutlich größeren Kopfumfang haben als einen Halsumfang. Das zeige ich euch aber später. Wenn ihr das Ganze schließt und in Spiralrunden weiterarbeitet, dann sieht man hier fast gar nicht. Hier oben habe ich das Ende gemacht. Ich habe nochmal als Abschluss eine Reihe feste Maschen gemacht, damit es schön aussieht. Das liegt ja dann sowieso im Nacken oder wenn ich es über den Kopf ziehe als Mütze, dann ist das sowieso am Hinterkopf, unter den Haaren, dann sieht man das gar nicht. Und das sieht dann wirklich ganz, ganz ordentlich aus. Okay, wir sehen uns dann gleich, wenn es darum geht, wie mache ich den Kragen.